Katalog Nummer 14 Diese junge Nexus-Tochter kombiniert 165 RZG mit einem modernen Linear und überragenden Sekundärmerkmalen. Ihr Ursprung liegt in der J-Familie von Hinze, verfeinert durch die Moorman KG in Krempel. Lot Nummer 14 This Nexus-Tochter mit 165 RZG, a perfect modern Linear und mit sehr hohen Funktional Trades ist von der J-Familie von Hinze, developed by Moorman KG in Krempel. Sie ist auf die 209 RZG-Tochter kombiniert 209 RZG.